Hallo, das ist der Gregor Höll von Foodenteam und das hier ist Eden. Eden kann leider nicht mehr bei ihrer Familie bleiben, die Halterin ist leider überfordert, muss sich zwischen Kinder und Hund entscheiden. Eden ist wirklich eine verträgliche Hündin, versteht sich gut mit anderen Hunden, versteht sich gut mit Kindern, kann auch so ein paar Grundkommandos und läuft auch ohne Leine bei ihrem Frauchen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Vielen Dank.